Und damit willkommen zurück zu Commander Conker 3, Tibire Wars im Live-Let's-Play. Not konnte unsere Luftunterstützung ausschalten. Wir holen sie uns aber zurück. Am besten landen sie vom Wasser aus in der Nähe eines kleinen GDI-Vorpostens, der noch durchhält. Dort bereiten sie einen Angriff vor. Ich sorge für Marineunterstützung. Na dann. Kabumm. Die Waffen bereit. Bodenunterstützung. Ja, Sir, wir halten die Stellung. Feindliche Stützpunkt in sich. Die machen das schon. Ich glaube an die. Haltet die Stellung. Warte, ihr geht mal da rein. So, jetzt. Ich glaube, so war das effektiver. Ihr könnt doch ruhig zurückschießen. Voller Socker. Verdammt ja! Was macht der Wurfarm? Sie haben keine Chance. Was macht der Wurfarm? Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Das Oberkommando hat schnell reagiert. Wie ist unsere Position? Geheimdienstdaten aktualisiert. Ziel wählen. Empfange Nachrichten. Kommander, es geht kurz. Bravoreins meldet sich zum Dienst. Initialisiere Video-Appfenster. Kommander, die Landeplattformen werden angegriffen. Retten Sie die wichtigsten Gebäude so schnell es irgendwie geht. Die Scharfschützen der GDI können mögliche Artillerieziele markieren. Wählen Sie das Schlachtschiff oder ein Artilleriegeschütz aus und aktivieren Sie es mit einem Klick auf den Bombardement-Button. Vorsicht! Ihr macht das schon kaputt. Geht ihr die auch weg oder? Ne. Deswegen habe ich einen Raketenwürfel da drin. Alles klar. Ist okay. BMT einsatzbereit. Schnell das Gebäude. Eintritt befördert. BMT einsatzbereit. Unsere Befehle? So, beide aggressiv. Danke. BMT einsatzbereit. Ja, Sir. Oh. Verstanden. Ich habe Ihre Code. Wie soll die für Kraft? Rakete, einheitbereit. Marschbefehl bestätigt. BMT einsatzbereit. Ich dürfte ruhig angreifen. Ich kümmere mich um alles. Es kann losgehen. Ja, Sir. Achso. Treffpunkt bestätigt. Weil ich da... Erwarten Befehle. Die rausgeholt. Weil ich das verkauft habe. Deswegen. Ist okay. BMT erwartet Befehle. Ausreden. Abwurz werde ich nicht brauchen. Grenadiertruppe Reit. Ausbildung. Tut mir leid. Buh. Buh. Okay, Männer. BMT einsatzbereit. Sind unterwegs. BMT, wie ist der Plan? Neues Bonusziel. So, kommt mit. Danke natürlich fürs Gesundheit. Und speichern ist eine gute Idee. Tag. Noch ein Bravo im Stadtgebiet, Commander. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wir kommen. Oh. Vorsichtig. Hier wimmelt es nämlich von Nordeinheiten. Guck mal her. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ingenieur einsatzbereit. Bonusziel erreicht. BMT einsatzbereit. Raketentrop einsatzbereit. BMT, wie ist der Anmorter? Haltet durch. Einheit wird angegriffen. Was sehen Sie? Empfangen wir uns ein. Nordkontrolliert das Gebiet mit allem. Auf Sie. Gut, ich habe euch nicht jaggeteilt. Es kann losgehen. Komm mal her. Unterwegs. Waffen klar machen. Macht die mal weg, bitte. Ziel wählen. Wir kommen. Äh, die, die Ganzen gehen mal raus. Raus. Der Rest wird mal repariert. Unterwegs. Einheit wird angegriffen. Bodenunterstützung. Verstanden. Ausschwärmen. Zielgebiet sichern. Treffpunkt bestätigt. Bewegung. Rücken vor. Ah. BMT, wie ist der Plan? Ein Erlaufarm ist auch leer sein, oder? Ja. Bau unterbrochen. Abgekehrt. Ausbildung. Truppentransporter. Raketentrupp einsatzbereit. Unter. Feindliche Einheiten in sich. Commander, aufgepasst. Äh, na wo ist er da? Vorsicht. Es kann losgehen. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Ach komm, ich mach doch Pitbulls. BMT, wie ist der Plan? Haltet durch. Truppentransporter. Pitbull ist einlassbereit. BMT, wie ist der Plan? BMT erwartet Befehle. Ich will keine verletzten BMTs wiederhaben. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Commander, BMT erwartet Befehle. Pitbull ist einsatzbereit. Müssen alle repariert sein. Ja. Haltet durch. Pitbull ist einsatzbereit. Abgeration läuft. Unterwegs. Unterwegs. Wir kommen. Unterwegs. Pitbull ist einsatzbereit. Du komm halt da hin. Truppentransporter. Rück drauf. Commander. Du dann her. Pitbull ist einsatzbereit. Ach so. Kinderspiel. Voll vergessen. Gruppentransporter. Es kann losgehen. Pitbull ist einsatzbereit. BMT erwartet Befehle. Und vor steigt die Party. Es kann losgehen. Pitbull ist einsatzbereit. Unterwegs. Nähern uns Ziel. Jetzt ist es da oben. Die retten. Ihr seid kein Problem. Pitbull ist einsatzbereit. Wir kommen. Unterwegs. Unterwegs. Nähern uns Ziel. Ah verdammt. Pitbull ist einsatzbereit. Operation läuft. Angegriffen. Unterwegs. Ziel bestätigt. Feuer. Ziel bestätigt. Initialisiere Videoabrede. Unterwegs. Die Landeplattform ist gesichert, Commander. Jetzt schicken wir ihnen die Orcas. Nehmen Sie sie ruhig in Anspruch und schalten Sie diesen Notchstützpunkt aus. Wir hatten fast kein Kerosin mehr. Das ist gräugisch, Schwader. Holen wir dem Commander die Landeplattform zurück. Was ist jetzt? Wir haben uns Ziel. Kann alles dauern. Kommander, durch Sicherung der Landeplattformen stehen uns jetzt Transporter zur Verfügung. Das bedeutet, dass Ihre Infanteristen und die meisten ihrer Fahrzeuge ab sofort die Möglichkeit haben, Ochs-Transporter anfordern zu können. Auf diese Weise können unsere Einheiten natürliche Hindernisse und Bodenstellungen überwinden. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Ah. Ganz knapp. Kruppensdreif, Einheit geordnet. So, hoch hier. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Wie ist das? Von dieser 50.000 Sprengwasser hier oben, ne? Pitbull ist einsatzbereit. Einheit befördert. Einheit befördert. Eieieiei. Pitbull ist einsatzbereit. 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 Einheit befördert. Einsatzziel erreicht. Mission erfolgreich. Pitbull ist einsatzbereit. Haben sie auch ein bisschen was verloren, aber die auch. Jo. Alles. Nun, Commander. Hervorragend gelöst. Die Sea ist wieder unter unserer Kontrolle. Und wir haben einen neuen Direktor, Redmond Boyle. Er ist bisher Finanzsekretär der GDI gewesen. Ich weiß, was Sie denken. Aber so steht's nun mal im Protokoll. Alle vorgesetzten Boyles kamen beim Angriff auf die Philadelphia ums Leben. Sehen Sie? Der Vorteil ist, dass Boyle als kluger Mann die Finanzkanäle kontrolliert. Und wir brauchen jeden Penny, um den Krieg zu gewinnen. Entschuldigen Sie, General, aber Sie sollten wissen, dass... General Granger, Redmond Boyle. Es ist mir eine Ehre. Danke. Wirklich. Danke, Direktor. Sie konnten nicht ahnen, dass ich kommen würde. Bitte entschuldigen Sie, aber ich war gerade hier in der Nähe und wollte mich bei Ihnen persönlich für Ihre Arbeit bedanken. Danken Sie nicht mehr, Direktor. Danken Sie dem Commander. Commander! Schön, dass Sie auf unserer Seite stehen. Ihre Erfolge auf dem Schlachtfeld sind eine Inspiration für uns alle. Aber ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, das zurückzuerobern, was uns gehört hat. Wenn Nod einen Krieg will, sollen Sie ihn haben. Einen Krieg, der Ihrer Schreckensherrschaft ein Ende setzen wird. Aber eins nach dem anderen. Beenden Sie zuerst Ihre Arbeit hier in DC, Commander. Erobern Sie die Stadt zurück. Zeigen Sie der Welt. Der Sieg gehört uns. Was ist, wenn die auch einen Sieg haben wollen? Können nicht immer so egoistisch sein. Aber gut, das war es bei der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, das war leichter. Und wir hören uns beim Weißen Haus in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin. Cheerio. Wir hören uns beim Weißen Haus in der nächsten Folge.